Was hat Sie geärgert, was hat Sie gefreut? Ja, Ärger, den hatten wir eigentlich schon. Das ist schon Trumps dicker Waffendeal. Das finde ich Wahnsinn, weil das ja, also man kann ja nicht irgendwie Waffendeals abschließen und gleichzeitig gegen den Terror und, also dass das im Zusammenhang steht, wo Waffen verkauft werden und geliefert werden, da wird auch wieder, die werden auch irgendwo benutzt, ja, und da plädiere ich dann doch mehr für den Weltfrieden und denke mir, investieren wir doch mal irgendwie in andere Dinge und Bildung. Zum Beispiel, ja. Also das hat mich geärgert. Das hat mich geärgert.